Moin, meine Kampfkumpel Zwerge und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Akzendent oder Akzendent, so rum, ihr wisst, was ich meine. Ja, ihr Lieben, in der letzten Folge haben wir es geschafft, wir haben ein Dino und zwar die Bobby geschafft, hier mit dem Floß rüber zu schiffen. Der Weg war eigentlich soweit leicht bis auf einen kleinzigigen, ich komme einfach so nicht rauf, machen wir es so, bis auf einen kleinzigigen Krokodil, was uns gerne hätte fressen wollen und ja, wir haben es irgendwie hinbekommen, wir leben beide sogar, ich glaube das ist das Glück der Weibchen in dieser Folge bei mir, bei diesem Projekt und jetzt heißt es, wir werden die restlichen holen, darunter sind auch ein paar Männchen, die wir hoffentlich hier rüber bekommen und erstmal muss ich mit Peppa kurz eine Sache aufräumen. Ist er hier? Ich glaube, er ist weg. Oder hat sich versteckt, ein Wolverine ist hier. Gut, ich glaube, der schwere Weg liegt jetzt vor uns. Der Weg Richtung Floß. Ich sollte mir ein Feische machen. Ich werde das los nicht erreichen. wir sind richtig. Bitte, bitte lass jetzt hier nichts Großes sein. Ja, genau. Oh nein. Die Dinger sind aggressiv, glaube ich. Ich will zum Strand, da sehe ich mehr. Gut, wir müssen dann hier vorne hin. Jetzt bedeutet das eine Karawane hierher zu bekommen. Das wird ein Spaß. Weiblich. Ich bin leicht traurig. Ich hoffe, du bleibst hier. Wobei, wozu brauchen wir jetzt erstmal ein Pronto? Ich meine, wir haben eigentlich den Weg gefunden, den wir jetzt gehen können. Die Schildkröte hat da hinten eine sehr nice blaue Farbe. So. Das ist ein Souvenir. Was soll ich denn dazu sagen, ne? Ich hoffe, du stinkst nicht nachher weiter, mein Freund. So. Das bedeutet, wieder zurück. Essen habe ich immer noch dabei. Schaffe ich es, hier ein Pronto drauf zu bekommen? Es wird Spaß. Oh Gott, was ist das für eine... Es leuchtet. Okay, nicht ins Licht. Oh, wartet mal. Ich muss mal kurz was gucken. Äh... Ja, ist alles soweit in Ordnung. Das ist super. Waren die Dinger immer größer oder hatte ich einfach nur in der letzten Folge eine komische Optik? Waren die nicht klein waren? Na? Oh Gott, wir müssen fast 6000 Kilometer zurückliegen. Eine Raptor. Gott sei Dank bin ich auf dem Wasser. Ich sollte weiter fahren. Ich bin keine Schildkröte. Ich schmecke nicht. Ich bin zäh. Wie dieses Krokodil einfach neben mir liegt. So, jetzt kommen wir wieder in Sumpfregion rein. Ne, Quatsch. Noch um die Ecke. Dann kommen wir in das Sumpfgebiet. Vielleicht soll ich bei dem Sumpfgebiet einen etwas großen Bogen drum machen. Oh, Gott sei Dank. Es hat mich nicht gesehen. Links, 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 links. Wende, dreh ab. Okay. Bitteschön nicht auf mein Boot. Ich möchte gerne den Weg nach Hause überleben. Ich glaube, du bist das Männchen von vorhin, ne? Hi. Es hat gegrüßt. Sehr lange gegrüßt. Ich denke, jedes Mal hier ist irgendwas neben mir. Es hat Spaß, wenn man ganz unten im Süden etwas anfängt zu bauen und eigentlich ganz oben nach Norden möchte. Macht Spaß. Oh, es regnet. Da unten ist ein kleiner Hai. Okay. Da vorne ist das Sumpfgebiet. So, ich wähle mal kurz schon mal meinen Speer aus. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich das Floß anlege, damit ich die Dinos raufpacken kann. Vor die Tür vielleicht. Ihr solltet nicht gucken, sondern fahren. Guck, fahre einfach. Wogegen bin ich jetzt gefahren? Ah, fahr hinter mir. Äh, 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 BELLATRIX-Dings. Okay, Katz, kein Problem. Es. Aber lass mich in Ruhe. Ich hasse das. Sumpf. Ich fahr weiter. Oh, oh, vorgeh, vorgeh, ich muss dich hier abschmieren, abschmieren, abschmieren. Abschmieren. Da ist schon wieder so ein Bella. Ich glaube, die heißen Bella Tricks. Die sind aber gut im Wasser, muss ich schon sagen. Die schwimmen sehr schnell und sind... Oh, ich habe ihn abgeschmiert. Sie hat mein Essen gegessen. Nicht deine Ernst. Das war mein Vorrat. Guck, niemals hinter dir. Fahr einfach weiter. Wir gucken uns nichts an, Leute. Wir fahren geradewegs zu. Ist mir egal. Hi, könntest du mal bitte Platz machen? Ich würde... Das war ein Rübser, glaube ich. Schwimmt da so ein Dings hinter mir. Ist es weg? Ich glaube, es ist weg, ja. Lange lieber diese Vögel. Hat er mein Dings gefressen? Gut, man merkt, wir sind schneller als so ein Wasser-Dino oder Krokodil-Dino. Außer weil man anhält und sich irgendwas anschaut. Und deswegen, wir ignorieren alles und jeden. Ich sehe schon, komm. Sobald ich Boba drauf habe, bin ich tot. Schaffe ich es alle? Ey. Starre rohen. Ich hab das viel gerettet. Ich hab männlich gerettet. Männlich drei. Tschüssi. Wann? Immer wieder gerne. Ich hab's gerettet. Oh, der Starre rochen wollte gerade. Habe ich gerade was Großes gehört? Ich geh mal, ich fahr mal über den Strand. Das war kein Donner oder sowas. So, Leute, ihr könnt schon mal die Wetten anziehen. Abschließen, welcher Dino wird bei dieser Tour dran glauben müssen? Oh mein Gott, ist sie schon kommen. Ich sehe schon kommen, dass ich von einem Krokodil getötet werde. Von einem Krokodil getötet werde und die Dinos alle auf dem Floß passiv sind und nach und nach weck gesnackt werden. Ich glaub, Leute, es tut mir leid, aber ich glaub, wir werden mehrere Folgen dafür brauchen und ich werd die Dinos nach und nach rüberfahren. Also immer in zweier Pack. Dann hab ich irgendwann die Staunze voll und werde dreier Packs machen. Also ja, ihr könnt Wetten abschließen. Welche Dinos oder wer würde zuerst drauf gehen? In dieser Aktion, es wird eigentlich immer in irgendeiner Aktion bei mir, geht ein Dino drauf. Aber ich muss sie passiv stellen auf dem Boot. Hier bleibt nichts anderes übrig. Na, wäre vielleicht die Insel doch besser gewesen? Ich weiß es nicht. Wir bleiben jetzt erstmal da. Wir ziehen da hin. Da sind wir halbwegs so ein bisschen in der Mitte. Da, wo es ein bisschen abgeht. Und wir sind bei den Archies. Ganz drinkt Archies zähm, Leute. Ist ein weißer Lutsch 3 gut? Oh. Oh. Nö. Oh mein Gott. Das Ding ist halb kaputt gegangen. Von was? Ich wurde gegessen. Wo ist es? Hoh. Die. Ich bin gleich da. Ich dachte gerade, ich sehe den Mammut. Ich dachte gerade, ich sehe schon Moser, Saurier hier rumschwimmen die ganze Zeit. Können wir nicht teleportieren? Aber die Fahrt dauert 20 Minuten. Oh. Okay. Ungefähr 20 Minuten. Sagen wir mal 15 Minuten. Fahre ich da durch? Ja, komm ich fahre da durch. Hier gibt es fliegende Fische. Oh nein, nicht die Ischis. Boah, ja. Toll. Wenn es die Ischis waren. Ja, könnte zu knapp werden. Oder stoppe ich mir einfach alle Dinos? Außer Rainer und den Pronto. Oder den Pronto zuerst. Und Rainer holt wieder so. So, wir sind da. Ja. So geht es mir auch. Hans gucke in die Luft. Warte mal, ich will mal kurz gucken, ob ich das vorne bei uns irgendwie parken kann. Aber ich glaube bei uns war es ganz schön steinig. Wir müssen ja die Dinger noch rauf bekommen. Ja, wobei wir können... Ich hoffe, das war kein Fehler jetzt. So, was hast du denn hier für Geschenke mitgebracht? Ah, komm nehm mit. So. Was sollte ich? Ich sollte näher ran fahren. Wuhu, ich fliege. Oh oh. So. das machen wir es einfach mal mehr als nicht funktionieren. Geht ja nicht. So. Das, was wir jetzt machen werden. Wir versuchen das minimal größer zu bauen. gut. Vielleicht auch hinten so eine Art Mauer zu bauen. Äh, genau. Die Dinger brauche ich jetzt hier erstmal willkürlich rein. Hört auf zu meckern. Und passen. Und passen. Probieren wir es. Was passiert hier? Ich sehe nichts mehr. Okay, ich habe es so gemacht. Mami und ihre Kinder. Oder? Da ich ja ein bisschen verwirrt bin, dass das jetzt so aussieht. ja, nee, die 8 kannst du einstecken. Es funktioniert. Oder liegt es nur daran, dass ich. Es ist nicht so gut. Da ist das jetzt. Vielen Dank. oh es funktioniert es funktioniert es funktioniert um gottes windrücker alle knöpfe nur nicht das richtige wo man so viele spiele spielt es geht jungs und mädels ich bin sehr stolz auf uns ich kann nur eins weiten ich brauche das ging die hose definitiv als das krokodil mich angegriffen hat das ging definitiv in die buße auch kaum schon ich habe kein holz mehr ich schweine backe guck nicht so pronto jetzt darf ich erst mal holzfahmen gehen warum bist du so schwer mein freund du hast holz der lambsang ist das die mutter welt so genau gepär brauchst du nicht du bist rammelfall mein freund du kannst lewin eigentlich auf geschwindigkeit ich weiß nicht wie ich die dinos darauf bekomme ja klar trinke das ich denke schon wieder so schauen wir einfach mal kann ich springen nein ich mache dies die 6 machen wir das mal so ich müsste das war falsch es funktioniert das funktioniert dann lasst uns mal die links machen ich muss nur gucken ob ich sie hoch bekomme eben sowas von tod so mama das war schön mit euch aber wir werden demnächst umziehen so leute schneller geht es nicht mehr ich muss rückwärts gehen um hier raus zu kommen so ich Ei, ei, ei. So. So Leute, das ist wirklich sehr ungünstig, was ihr hier macht. Da hänge ich erstmal scheiß drauf, ne? Das war ich nicht. Das war schon so, Beute? Das hast du nicht gesehen? Ich weiß nicht, ob ich den Pronto so da raufbekomme. Vielleicht schon, ja. Also, es wird jetzt ein Spaß. Leveln! Oh, sorry. Da muss er erstmal Stamina wiederherstellen. So, Raumfeld. Sehr schön. So. Ich sollte aufpassen, was ich rausschmeiße. Ich weine innerlich. Gut, meine Lieben, aber ich würde sagen, da wir hier noch ein bisschen rauchen, bis wir jetzt genug Holz haben, würde ich sagen, werde ich mal kurz mit klein Bronco Holz sammeln gehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wo wir dann das Floß soweit fertig haben. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen. Haltet die Ohren steif. Und schön mit Öl. Und schön mit Öl. Vielen Dank.